Schöne Abendstimmung, wenn wir so rausschauen hier am Hafen von Palma de Mallorca. Wo sind wir genau? Ja, wir sind hier am Yachthafen von Palma de Mallorca, umweit letztendlich von der Kathedrale. Es ist ein wunderschöner Abend. Ja, und wenn wir uns jetzt hier mal rüber drehen, hier haben wir unsere Kamera, ganz genau. Deswegen sind wir auch heute hier, um ein bisschen Waubung machen für eure Veranstaltung, auch für deine Veranstaltung, die Schlagersterne. Ganz großes Event, was nächstes Jahr geplant ist. Erzähl mal ein bisschen drüber. Ja, es handelt sich um eine Schlagerreise, nicht um eine Schlagerveranstaltung. Das ist eine Kombination, in dem die Leute letztendlich von ihrem Heimatort ganz bequem zum Flughafen hinreisen können, können sich dann dementsprechend einen organisierten Flug mit der Reise letztendlich dann buchen bei diversen Reiseveranstaltern. Unser Premium-Reiseveranstalter ist die Eurowings Holidays. Ganz wichtig. Und wir bieten den Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket. Das heißt inklusive Flug, inklusive aller Transfers. Das heißt der Transfer vom Flughafen zum Modell plus letztendlich zwei Konzerttickets und die jeweiligen Transfers inklusive Reiseleitung an den Veranstaltungstagen vom Modell zur Plaza del Toros. Und das ist ein Rundum-Sorglos-Paket, was buchbar ist ab 799 Euro, fünf Nächte in drei-Sterne-Segment. Okay, das klingt doch sehr verlockend. Also wer da nicht zuschlägt, ist selber schuld. Und die Crème de la Crème der Schlagerstars ist dabei. Wenn man nur ein paar nennt? Ja, wenn man nur ein paar nennt, muss man ganz oben anfangen. Mein guter Freund Nick P., Ben Zucker, Matthias Reim, Giovanni Zarella, Beatrice Egli, Semino Rossi und noch viele, viele, viele mehr. Und einen Überraschungsgast. Aber ich glaube, den verräht er heute noch nicht. Nein, den will ich heute Abend noch nicht verraten. Also da erfährst du morgen Abend von mir mehr. Ja, oder morgen Vormittag mehr von mir. Aber die Überraschung musst du uns noch lassen. Aber das wird euch alle sehr zum Erstaunen bringen. Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Da sind wir schon gespannt. Und jetzt natürlich aber auch die Frage, von wo aus kann man denn überall starten? Deutschland, Österreich, Schweiz auch? Ja, wir decken die komplette Bandbreite ab im Dachbereich. Das ist ab Deutschland, ab jedem Flughafen, so ziemlich jeden Flughafen. Da haben wir auch ganz ausgewählte Carrier mit der Eurowings auch, die fast auf jeden Flughafen in Deutschland fliegt. Wir bieten auf jeden Fall Flüge ab Basel und ab Zürich an. Und natürlich auch ab Österreich. Sehr gut. Also auch die Schweizer sind dabei. Und natürlich ein großes Fan-Festival, kann man sagen, wenn wir dann hier im Mai da sind. Ja, ich meine, die Insel steht für Schlager. Das muss man ehrlicherweise sagen. In Kombination mit Sonnen, Strand und Meer plus das Colosseum Balear. Also das ist eine traumhafte Location. Als ich so zum ersten Mal gewesen bin, ich war total geflasht. Ich muss ehrlich sagen, ich kannte es nur aus dem Fernsehen heraus und wetten, dass, ja, so ziemlich fast jeder Deutsche oder auch im deutschsprachigen Raum lebende Bürger kennt es. Und das Colosseum Balear, also das ist wirklich eine Reise wert, um das einmal zu erleben. Nehmt mal mich da in die Mitte. Buenas tardes. Das fällt mir ein bisschen schwer. Ich kann nämlich kein Wort. Aber für dich ist es, glaube ich, gar nicht so schwer, oder? Das ist meine Sprache. Das ist eine gute Sprache. Ja, schön, dass du auch mal wieder bei uns bist hier am Promigeflüster. Und wie gesagt, die Krise hat uns ja alle ein bisschen runtergezogen. Ja. Du hast es auch ein bisschen aus Zeit, aber du bist jetzt wieder voll da. Jetzt bin ich wieder da und ich glaube, total wichtig ist, manchmal zum Wissen, wann die Bremse ist, den richtigen Stopp zu machen. Ich habe auf den richtigen Moment aufgepasst und jetzt bin ich wieder da und ich möchte weitermachen, solange das Publiko Semino Rossi sich wünscht. Genau. Was hast du gesagt, als du die Anfrage bekommen hast, hier nächstes Jahr bei den Schlagersternen dabei zu sein? Die Idee hat mich total fasziniert, weil in einer solchen Kulissen habe ich noch nicht gesungen. Und ich habe nur diesen Blick vom Wetten, dass das, den habe ich schon im Kopf, aber persönlich habe ich noch nie gesehen bis heute. Und heute bin ich dreimal noch begeistert, weil die Kulissen ist einmalig. Ich kann mich vorstellen, mit Beleuchtung und mit der Bühne und mit einem schönen Sound wird ein schönes Spektakl für jeden Besuch. Wie viele Personen könnt ihr denn mitnehmen? In Summe 8.368 Personen. Okay, na gut. Dann hoffen wir mal, dass das euch wirklich so gelingen mag, wie ihr es euch wünscht. Wir machen es ordentlich drumherum, dass das alles so rüberkommt. Ja, wir bedanken uns ja dafür, dass ihr uns dementsprechend unterstützt. Es wird uns wirklich sehr, dass ihr heute Abend auch bei uns seid. Sehr gerne. Wir sagen auch Dankeschön und Semino, dir auch alles Gute. Und wir müssen ja noch eine Sache wieder fortsetzen. Du erinnerst dich noch? Schlagerring. Schlagerring, das müssen wir schon tragen. Genau, genau. Also, morgen vielleicht mehr. Bis dann. Bis dann.